Musik Boah, sehr schön Xavi, das freut mich, dass es dir gut geht. Ja, auch soweit, auch soweit. Muss, ne? Ist ja heute eher so mein Nicht-Stream-Tag, aber... Ja, Vespo, passt. Ja, au. Aber fürs Tierwohl geht man auch sonntags online. Also an den Tagen, wo man eigentlich Pause macht. What? Guck mal, da ist jemand Big Apfel. Mhm. Hab ich. Okay. Au. Dann vertrauen wir halt nicht. Sie können ja eh auch sauchen. Oh, hier, hier. Was hab ich heute gemacht? Hast du, hast du, hast du? Uh, ja, aber... Komm noch mal. Schade, mach schon mal was. Okay. Was der gekriegt hat, ne? Geschenke eingepackten, nice. Für Weihnachten? Oder für... Komm noch was davor. Ich bin auch gar nicht unterwegs gewesen wegen Weihnachten. Ey, cool. Ja, das ist doch nice. Was ich sah, wie schon früh unterwegs, ne? Uh, danke, besorgen. Uh, ja. Aber Nachschuss, Schild. Ach. Schön. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Weißen? Aber den dritten konnte ich nicht auslocken. Ey, der schubst mich weg. Affe. Oh, nice. Oh, ja, x-ray, das stimmt. Ja, dann. Willst du keinen zwangern? Äh, äh, ich muss ja fahren. Äh, 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 äh. Ich dachte, was du beigefohlen hast. Ähm, den hab ich nicht. Hat er. Lol. Ach, Mist, ey. Sehr schön. Glück, würd ich sagen. Boah, sehr gut, Xavi. Das ist nice. Brauch noch alle. Ihh, die Flasche hat gespritzt beim Aufmachen. Ihh. Lieber, was ist das für eine Flasche? Boah, der fängt ihn einfach ab. Hab dein Boost. Ich war zu spät. War mein Fehler. Ja, von einem Plan hätte ich ihn lassen sollen. Alles gut. Nee, es geht ex-pensiv. Alles gut, Savi. Alles gut. Aber schön, dass du dabei bist. Hast du, hast du? Komma hoch. Ja, komm. Das gibt's gar nicht, dass der gegen zwei hier durchkommt, ne? Drück dir mal eben so durch. Ja, aber es ist ja auch, ein aktiver Chat ist ja auch interessant, ne? Gerade für so einen Spenden. Aktion. Komm, ich bin hin. Oh Gott, sie mir nur untergegriffen können. Er müssen. Ha, ich war dran. Der Boost. Boah. Zweimal ein Boost vorbei. Bye. Bye. Na. Na. Nice. Oh, lecker. Wikigamilk ist immer gut. Eis, lass es dir schmecken. Stimmt. Wann hat er geschäumt? Hätte er Tollwut gehabt. Oh. Oh, das hat auch der Muskel nicht für ausgereift. Mann. Warte. Oh. Siehst du, ich muss das knapp auch noch mal rein tun. Mhm. Boah. Hey, was macht der denn da? Das ist doch nicht kein Glucos. Schubst den Gegner den Ball. Kacke. Schau mal. Ja, kann er da. Ach so. Ich wollte mir Boost holen und der musste sich auch Boost holen. Ach, Mist. Das ist doch ein guter Schuss. Schön auf die Haube ruf, ey. Da machst du nicht als Keeper, ne? Ja. Da machst du nichts als Keeper, ne? Ich habe schon fast mal eine Silber voll, ne? Und Giga 3. Ich habe nicht mal Bronze. Das ist doch ein guter Schuss. Boah. Der wird nur ein Sieg. Boah. Boah. Das ist geiler. Wir haben in Borussia 86 für Scheiße. Ah. Boah. Oh, das hat geruchelt bei mir. Warum? Warum tut er? Boah. Bei Iroaling. Oh Mann. Schade. Also wenn wir verlieren, ich gebe dem Borussia die Schuld, okay? Mhm. Aua. Was ist denn hier los? Johannes. Uh. Der Johannes. Johannes. Danke dir für deine 25 Euro. Uh. Ah. Hat denn jemand? Tierhilfe natürlich. Nicht für mich. Es geht heute nur um die Tiere. Ah. Habe ich nicht. Das schaffen wir es ja auch mal. heute, dass ich ein Schweinchen eingefangen kriege. Nein. Kann ich euch zumindest die Maya zeigen. Die anderen kriege ich nicht. Jetzt. 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 Ganz fest. Nein. Ganz voll ist ein Ding. Chill. Ich hoffe, den Johannes geht es gut. Wir brauchen einen dritten Mail. Oh. Ich glaube, da war ich nicht dran, ne? Ich könnte heulen. Oh, nice. Hi. Hi. Wo spielen die denn hin? Oh, nö. Ich bin wieder ausgebustet. Oh, danke. Ne, schade. Oh, oh, ist keiner hinten. Oh, nein, er kommt wieder und schnappt sich den Boost. No. Oh, danke, endlich. Was probieren die da eigentlich? Ey. Okay, schön geblockt. Boah, schön geschossen. Ich habe ihn verfehlt, aber so richtig. Boah, ey. Ja, schönen guten Abend, Johannes. Wir haben noch ein Glück, oder? Habe, habe, habe. Jetzt ist gut soweit, sehr schön. Mir auch, mir auch. Danke nochmal für deine 25 Euro Unterstützung, ne? Also, wer gucken möchte, oben steht auch der Link. Tierheim, äh, minus, äh, Wolfsburg. Oh, mein Gott. Bei Dortmund sagen wir mal ein Boost, der hier mitspielt. In Boost, um da hochzukommen. Das hat gescheppert, doch. Und, Johannes, was hast du heute gemacht? Farming Simulator sehe ich gerade. Deine Fälllampe wirtschaften. Besameln. Oh, er hat ihn verfehlt. Es klang ja nicht falsch. Nein. Sorry, warte, ich gebe ihn dir wieder. Oh, vielleicht doch nicht. Oh, er hat sich noch hinten geborgen. Und? Und jetzt. Boah. Schäden. Boah. Ja, auf jeden Fall, Johannes. Ja, wie ein Schwitzen. Nee, und die liebe Pinky hat gefragt, ob ich mitnehme, habe ich gesagt. Ja, klar. Für sowas immer. Auch wenn ich sonntags eigentlich auf der faulen Haut liege. Oder mich auskuriere. Oh, oh. Hört mich. Oh, shit. Boah, ich bin mit dem Schuss ausgegangen. Oh, ne? Boah. Der Alex weiß. Nein. Ja, jetzt ist der Boost wieder da, weißt du? Ich nicht. Ein Affe. Wow. Na, wo ist erregelt hier? Hab ich? Okay, ich habe ihn doch angeschossen. Oh, mein Gott, ich war zu früh. Nein. Oh, oh. Der kommt so scheiße. Mist. Machen wir mal ein Pinch. Ui. Oh mein Gott. Nein. Den hätte man kriegen können. Nein. Scheiße. Ja, ist immer so Xavi, oder? Mies. Aber ich finde das noch fieser. Du fährst drüber. Und du siehst noch im Augenschein, während du dran vorbei bist, dass er gerade wiederkommt. Scheiß Boost. Das macht der extra. Ah, kriegst du nicht. Fischt nur der andere. Kommt er, glaube ich, nicht dran. Okay. Ja. Ui, ui, ui. Was ist das denn? Ich glaube, der hat keinen Bock mehr mit denen zu spielen. Nee, er hat sich komplett verschätzt. Zweimal hintereinander. Meinst du? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020